Diese hier angebotene Zweizimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Mai 2014 bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Frankfurt-Westend-Süd. 1870 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 90 m² beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 1.100 Euro. Wir freuen uns, sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.